Und wir haben Kapitel 1 abgeschlossen und willkommen zu Kapitel 2, ein Zeichen des Feuers. Ein Auftrag für die königliche Flotte. Und in solchem Umfang. Eine seltene Ehre. Die nötigen Waffen stellen ein Problem dar. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben. Nicht weniger als uns zusteht. Brot gibt es bald. Brot und Spiele. 25. Keine Anbindung an den Hafen. Hat sich damit erledigt. Oh. Oh nein. Nein, nein, nein. Oh je. Es wird ja gelöscht, aber nicht schnell genug. Ich meine, das ist ja auch... ...gemein. Nein. Jetzt sind wir jetzt mal weg. Was wäre denn, wenn wir sagen... ...wir löschen diesen Weg hier. Die Flammen sind außer Kontrolle. Die Flammen sind außer Kontrolle. Die Flammen zu haben. Als wäre ich nochmal weg. Hallo! Okay. Ja, wird gleich wieder ersetzt, damit es hier ja keine schlechte Laune gibt. So, und hier fehlt uns noch ein bisschen was. Vielleicht eine zweite Produktion für... Also man könnte ja sagen... Hossa! So, dann bauen wir doch auf jeden Fall mal eine zweite Ziegelproduktion. Ziegelproduktion 30, eine Minute, das heißt... So, ein Lagerhaus. Ein Lagerhausplatz sehen wir nach da. Kleine Feuerwehr nach hier. Na, Mensch. Wenn das mal nix ist. Das Eisen ist außer Reichweite. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Ich habe noch ein paar Stangendynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. Ohohoho. Kirche. Und jetzt wollt ihr Bier. Gefräßiges Pack. Gefräßiges Pack. Gefräßiges Pack. Gefräßiges Pack. Wie sieht es denn aus mit dir, wenn ich sage? Okay. Okay, die Melzerei braucht 30 Sekunden, ich brauche wieder zwei, meine Güte, aber ich brauche erstmal Stahl, um da weiter zu kommen. Mhm. Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Vater wandte sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. Mm. Mm. Mmh. Spielstand gespeichert herrlich hier So, in der Nähe seiner Bretterproduktion soll der Sprengstoffmeister sein. Einsperren, die ihrem Vater nahe standen, auch meinen geliebten Thomas. Sie alle wurden ins Gefängnis von Wong Ways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn sie ihn finden, sagen sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Okay. Da seid ihr also, die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen sie mir diese Ausreden. Wer hatte die fruchtbaren Ländereien ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter, ist er noch viel zu milde? Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin, Mitglied des Rates eher. Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werden. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig, wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er ihnen zur Verfügung. Die Kaution wurde bereits festgestellt. Die Kaution wurde bereits festgestellt. Die Kaution wurde bereits festgestellt. Aber gut, wenn ihr unbedingt für einen davon Pfand hinterlegen wollt. Sprengmeister, ich könnte ein komplettes Frühstück vernichten. Ich kann nur zu gut verstehen, dass sich ihr Vater seinem Schicksal ergeben hat. Ich behaupte ja nicht, dass ihr Vater kein Verräter war, aber... Das ist das Mindeste dafür, dass ich diesen Ort hier ertrage. Er ist bereit zum Transporten. Wir müssen Mäuse haben. Der Freunde wird euren Gebieten. Der Wüßtl und der Wüßtl und der Wüßtl. Der Wüßtl und der Wüßtl. Ich denke, meine Bilanz ist wieder positiv. Und hier. Spielstand gespeichert. Ach ja, so. Das können wir erstmal so lassen. Ah, sehr gut. Mehr als genug Geld. Deswegen brauche ich jetzt wirklich nicht. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. Ach so. Ich dachte schon, ich müsste ihn transportieren. Müsse ich wohl nicht. Hmm. Hm. um Aha. 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 Da ist er ja. Versuch, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Jeder von Pagas Vertrauten ist auch ein Freund von uns. Aha. Alles in Ordnung soweit. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Vielen Dank.